hey leute gestern war rocket monatsmission die zweite in diesem jahr und die erste an der ich teilgenommen habe ich hatte so ein bisschen die befürchtung der herr könnte richtig gute karten über mich ausschütten und dann wäre ich womöglich direkt qualifiziert und es gäbe keinen grund mehr dieses tolle rocket turnier zu spielen und für euch diese coolen videos zu produzieren aber zum glück der kech ist noch mal an mir vorüber gegangen die karte war eher mies nach 24 spielen hatte ich erst fünf zu null spiele 500 punkte liegen habe dann angegriffen natürlich im letzten drittel das ging richtig in die hose hinterher die immer noch 500 punkte ja und deswegen geht es jetzt also weiter ich bin auch noch nicht wieder so richtig topfit deswegen ein live stream heute abend den kann ich mir gar nicht vorstellen vielleicht morgen wenn es wieder geht ansonsten einfach nächste woche wieder und stattdessen schauen wir uns dann mal an was ich heute morgen im rocket um 10 uhr 30 verbrochen habe spoiler alarm natürlich macht es auch mehr spaß listen zu präsentieren in denen das eine oder andere funktioniert als die etwa vom montagabend wo erst nicht viel zu sehen ist und es danach dann noch aus maul gibt so anyway gucken wir mal los erstes ding in vorhand wir sehen gleich wir sind im rocket mittelhand versucht es schon mal mit 18 aber das ist noch gar nichts ich selber habe hier auch absolut kein gemälde aber naja fünf trümpfe ass vorhand wir wissen ja jeder reizt hier ein bisschen also null gucke ich mir nicht an auf 24 bin ich raus pick wird gespielt ja nicht gerade eine zwingende eröffnung vielleicht aufgrund der reizung dann karo aber irgendwie habe ich mich in diesem besonderen fall mit den beiden trümpfen dann doch entschlossen mal hier in das kreuz rein zu greifen haben wir schon mal die eine stechfarbe identifiziert partner wechselt auf karo das kommt mir an sich erst mal gelegen könnte darauf hindeuten wenn es nun sechs trümpfer ist dass er noch ein paar herzen dabei hat zwei karos dabei zwei karos er wird wird herz ab das deutend auf den sieben trümpfer hin so ist es auch wenn alles darauf hindeutet ist es häufig der fall karo bauer noch gefunden aber hat halt schon sechs trümpfe mit dem seiten ass und beiden trump vollen also das spiel zu reizen war natürlich absolut legitim war das die beste karte in die unterwegs war mit dem siebten trumpf im stock natürlich ein ganz souveränes spiel so spieler eins greift erneut hinein während ich hier auf sechs bilderchen plus dem einäugigen karo buben als quasi so zusatz bild noch schaue und da kommt es auch nicht super überraschend dass hier grang gespielt wird so wer hat denn das ausspiel wo geht es denn los immer wer fragt sagte mein vater immer pflegte er zu sagen doch diesmal bin nicht ich der hier das spiel verzögert sondern spieler drei der sucht noch nach der ausspiel karte allgemeines gemurmel ein wenig unruhe breitet sich aus spieler drei bitte jetzt meine karte dazu legen karte oder stück holz wie es auch mal so schön heißt und da kommt sie da kommt sie und das ist eine schwere karte pick ass wenn der durchgeht dann weiß ich was ich tue ja ist aber nicht der fall so wollte ich doch sagen dass jetzt kreuzbube gezogen wird da denkst du gleich das ist wohl der übliche springer krang rocket manier ich glaube naja sie ist aber es war ja kein schlechter krang als 10 als kreuz und roten bauern jetzt dank der karo 10 mit 85 gewonnen jetzt wollte ich doch hier noch mal ganz kurz zurück einfach nur mal zeigen hier das kreuz ist an der stelle danach fliegen die karten und spieler 1 gewinnt mit 85 ich denke relativ deutlich dass er schon vorher gewonnen hatte nach karo 10 das heißt jetzt kann er eigentlich auch karo einmal rausspielen spielt mich im karo könig an wunderbar dann kann ich noch pik 10 und könig ziehen und dann wird da hinten sich meine kreuz 10 angeln so also das war in dem spiel drin und hat dann noch das kreuz asplank und karolusche oder so also da hat spieler 1 eine möglichkeit auf schneider ein bisschen leichtfertig laufen lassen und naja ich will nur sagen ich man registriert ja hier auch die kleinigkeiten weil man versucht einzuschätzen wen hat man hier so am tisch in diesem masken so jetzt ein schöner ansatz für mich drei bauern als 10 und da liegt der vierte bauer ja das muss doch reichen 20 augen zu drücken das ding sieht ausgezeichnet aus ist kurz vor unverlierbar vier volle kontrolliere ich selber ich habe nur weil ich diese dame in karo abgebe jetzt könnte es sein dass sie mit allen maximal verfügbaren augen gerade so hinkommen aber das ist natürlich ausgesprochen unwahrscheinlich so wo karo nicht vier zu null stand war das thema ganz schnell erledigt so lang mit vieren gewonnen die braucht man so ein bisschen beim rocket das sind die die man ja die einfach die qualitätsblätter die einfach dann mal die wichtigen punkte lieferanten sind so wir haben wieder 18 aus mittelhand erinnert mich an das erste spiel der reizt scheinbar mit allem möglichen und aus mittelhand und hinterhand gibt natürlich auch gas und ich hatte natürlich gehofft dass ich hier für 33 rankomme weil er vielleicht herz irgendwie möchte aber der reizt smooth durch so spieler 3 kann er trägt dieses nervenkitzel auch nicht ist noch mal kurz muss sich noch mal kurz entfernen die spannung liegt ja auch gerade knisternd in der luft das ist ja überhaupt nicht auszuhalten ja ehrlicherweise da sind wir wieder 33 jetzt geht es natürlich weiter 35 36 aber während spieler drei eben weg war habe ich mich auch entschieden spieler 1 reiz null uwehr das ist mir sonnenklar und ja wie pflicht einer meiner sparrings partner immer zu sagen mann oder maus ist halt rocket ne so 1 2 3 eine passende also eine verstärkungskarte brauchen wir auf jeden fall ne sonst wird es sehr sehr schwer 1 2 3 hü pikas pikas die goldene karte die ist ja noch wertvoller in dem in der geschichte als der dritte bauer das macht natürlich einen richtigen unterschied pik lusche auch noch ergänzend bauern kommt verteilt und schon ist es ein gang mit zwei schneider ja den brauchen wir doch das ding konnten wir doch jetzt einfach nicht laufen lassen so schönes schmeckerchen mit der nase in den skat und jetzt wieder ein sehr schöner ansatz muss man sagen ein sehr schöner ansatz na wenn da mal nicht wieder der kreuz bube drin liegt ne herz sieben und karo dame so macht aber nichts wir sind beim rocket da geht in hinterhand natürlich ohne groß überhaupt nur andere alternativen zu prüfen der krank los hoffentlich kommt kreuz auf den tisch das wäre eigentlich das beste oder ein bube wäre auch okay pik ist jetzt so das was ich am wenigsten gerne sehe da hatte ich mir auch schon überlegt also wenn ein pik nicht wenigstens as bild oder so liegt sondern nur as lusche dann schlägt hier wieder die stunde der der tüftler es ist selten gut den ersten zu stechen weil dann bleiben ja noch drei piken über und egal ob ich dann den boom ziehe oder nicht die pik 10 kriege ich dann sehr wahrscheinlich sowieso nicht und es bleibt halt eine übergabe aufstehen das heißt es kann im zweifel der die beiden piken noch stehen hat also wenn die 2 1 überhaupt verteilt sind aber davon gehe ich an sich jetzt erstmal noch mal aus dann kann der wenn einer meinetwegen zwei boom dagegen hat den anderen auf pik wieder anspielen und dann selbst eine karte abwerfen das kann spiel entscheidend sein deswegen dass ich hier fallen ich erläuter das hier einfach nur noch mal so in aller ausführlichkeit meistens kommt jetzt eben sowieso die pik 10 hinterher da kommt sie nämlich auch schon so da ist wird bedient und damit ist jetzt diese übergabe drohung aus der karte raus deswegen jetzt stechen jetzt kann natürlich trotzdem überlegen bauern raus oder über die dörfer gehen so aber wie wahrscheinlich ist das dass beide farben zwei zwei stehen und wenn beide farben zwei zwei stehen haben wir dann nicht sowieso eine super chance die ohnehin nach hause zu bekommen klar wenn jungs dann also da muss man ein bisschen die drohung gegeneinander abwägen ich mag es meistens lieber es fühlt sich wehrhafter an hier den boom zu spielen glaube ich dann zu gucken ob wir einfach die bauern direkt raus bekommen das ist aber nicht der fall pik könig eine interessante schmierung allerdings von spieler drei der siebte pik hat nichts besseres zu schmieren okay so ein bauer stehen geblieben jetzt kommt karo acht kann man jetzt natürlich auch mit der dame schnippeln aber ein bisschen schwer zu sagen was spieler eins da jetzt macht man spielt der lang spielt der blank hat spieler drei vielleicht den karo könig zu dritt ich denke man kommt ja mit den vier roten vollen hin also erst mal rauf so 26 jetzt haben wir 41 aber irgendwie herz könig kam schnell und er sah für mich auch nicht wie ein blöff aus ne dann wird herz 10 wohl nicht laufen und ja dann haben wir ein problem selbst wenn ich herz 10 anbiete und danach karo wieder kommt und ich schnippeln kann dame könig und die 10 bekommen bin ich erst bei 58 womöglich kommt dann auch kreuz und hinten wird auch meine 10 geschnippelt also das war mir mit der herzen jetzt nicht so recht außerdem habe ich gedacht dann verrate ich vielleicht ein bisschen zu schnell wo der bube ist also mal überprüft das szenario und tatsächlich also spieler eins hat die beiden bauern herz scheint zu dritt zu stehen karo scheint zu dritt zu stehen piek kam auf den tisch was wir gar nicht hatten also ehrlicherweise das spiel steht richtig mies und es an sich nicht zu gewinnen 51 haben wir liegen kurz überlegt jetzt herzen zu spielen aber dann habe ich mir gedacht nee dann weiß spieler drei wenn der bube weg ist genau bescheid spiel mal erst karo dame noch weiß er nicht dass spieler eins noch einen bauern hat und tatsächlich da kommt das kreuz ass genau das hatte ich mir natürlich gewünscht bei 51 liegen hatte ich jetzt schon die kreuz 10 für meinen als mein heimatstich angesehen dass jetzt den kreuz könig noch dazu bekommen und die herz dame alles geschenkt aber da ist der kech an mir vorbeigegangen also das war ein absolut kritischer moment hier dieses spiel bei 18 saß der nach schlechter findung so giftig da schüttelt mich ja richtig wenn ich das jetzt noch mal anschaue da bin ich ganz froh dass ich jetzt hier im nächsten spiel erst mal wieder ausschnaufen kann und definitiv nichts mit diesem allein spiel zu tun habe so dann jetzt stehe ich natürlich richtig gut so kann man nicht anders sagen 400 beispiel fünf das ist großartig drei karten als also drei granks gespielt besser geht ja kaum so wir haben immer eine gegenreizung 36 mal gucken ja da wird spieler drei wo rüberkommen der will jetzt noch ein paar trummstiche machen dafür habe ich jetzt das problem dass ich irgendwie weiterspielen muss bei 36 irgendwie jetzt die kurzen farben da dame lusche so attraktiv sind mir die auch nicht vielleicht hat mein partner ja sogar karo gereizt sollte er karo als kreuz gereizt haben vielleicht karo hand mit zweien oder so deswegen greife ich hier meins karo aber das hat er schon mal nicht aber das sieht sofort eine reaktion nach sich spieler geht schon über die dörfer und spielt jetzt karo raus tja bisschen schwer zu sagen also es wird kein sechstrümpfer sein sonst wäre noch mal trumpf gekommen so gesehen er hat noch mindestens ein pik oder ein herz hat er noch eine wenn es ein fünftrümpfer ist muss man sich jetzt müsste man sich entscheiden nachdem er ja weil welches hast sieht er zuerst wahrscheinlich erst pik ass aber da sind viel schon der könig dann hätte er vielleicht dann hat er zwei pik duschen gedrückt mein partner hat aber auch die herzen erst geschmiert also müsste ich jetzt entweder pik dame müsste ich an sich spielen ja oder eben trumpf ich habe mich jetzt hier für trumpf entschieden okay partner zieht den nächsten bauern ist das jetzt schon so sinnvoll okay das war alles nicht so sinnvoll jetzt ist trumpf ass weg und er hat noch ein herz drin stehen gut also wenn wenn mein partner da die pik 10 wimmelt und ich dann herz dame spiele so dann dann wird die sache vielleicht noch ein bisschen interessanter so sah es jetzt hinten raus natürlich richtig hässlich aus mein trumpf zog war da jetzt auch kein keine keine offenbarung muss ich jetzt sagen da hatte ich ihn jetzt irgendwie dass er den trumpf nicht mitnimmt im ersten hatte ich ihn jetzt noch stärker eingeschätzt irgendwie so auf kreuz picaro bauer irgendwie sowas in der art dass ich dachte da kann nicht so viel da wird hoffentlich nicht so viel kaputt gehen so wir sind natürlich im rocket wir sind wir bleiben natürlich mutig also 27 gehalten sechster trumpf in pik das wäre cool ne herz 7 und karo 10 ja alte instinkte ne wie damals als ich noch jung und unterschrocken war karo ist gereizt da halten wir doch sofort die karo 10 blank weil der fünf trümpfer sonst einfach schwierig wird ohne dreien ohne zug trotz vorhand mit nur einer starken farbe in der seite kann natürlich auch irgendwie 10 karo 10 drücken dann hast du aber beide kreuzlüschen drin ich denke mir kommen da kommen die nie drauf mach das mal 27 reizung und dann lassen wir den herz hier los wenn es alles artig sitzt kann das spiel halt auch überleben wenn ich die karo 10 abgebe das ist natürlich dann nicht mehr so wahrscheinlich aber es kann auch dann überleben wenn man pik ein spiel kommt oder so karo könig karo könig genau den wollte ich sehen ja und jetzt ist höchstens die frage bauer raus oder die lusche ich habe mich für die lusche entschieden einfach in der hoffnung dass karo jetzt doch nur zu viert da sitzt und nicht etwa zu fünft es geht nur um schneider karo saß zu fünft gut dann kann er jetzt dafür natürlich auch noch einmal pik stechen so weit so gut so fair ja wenn ich vorher den bauern rausspiel dann hätte ich danach aber das karo ass auch genau mit dem bauern steckt mit dem nee dann hätte ich ja gar nicht mit dem bauern gehabt dann muss ich danach karo ass mit der lusche stechen dann wäre es vielleicht schneider gewesen aber wir wollen jetzt mal gar nicht diesen schneider diesen potenziellen schneider am horizont nachtrauern sondern uns freuen dass die nummer mit der karo 10 gut ging natürlich kein fehler der gegenpartei trump stand 3 3 er kommt ran und hat jetzt fünf mal karo ohne 10 und lusche wer spielt jetzt da nicht das karo bild ne so also das war alles in ordnung es war halt aufgrund der reizung ein stück weit erkennbar und das habe ich mir einfach zu nutze gemacht gut und ist oft genug übrigens dass es dann auch mal nicht funktioniert ne und dann ist es meistens natürlich auch mit dem spielverlust verbunden so gesehen ein risiko war selbstverständlich auch dabei so wir haben den nächsten schönen ansatz das ist ja wieder ein springergang es wäre natürlich schön ihn schon günstiger zu bekommen ja ich kriege ihn und herz bauer ist drin fein so erste drück überlegung aber dann denke ich mir doch in dem fall vielleicht eine der wenigen situationen wo das vernünftiger im schneidersinne ist jetzt das herz ass sich blank zu drücken weil da der könig halt hängt und nur zwei kreuz in der abgabe zu behalten so das sieht natürlich wieder nicht so gut aus das sieht natürlich wieder gut aus 14 tatsächlich spieler drei hat unter seinem kreuz ass zu viert aufgeschlagen und ja so gesehen schneider frei wäre sicher irgendwie möglich gewesen wenn sie mich nach dem ersten stich angespielt hätten aber so ist es passiert und es kommt der nächste ansatz meine güte rollt hier der rubel 600 schon liegen ja und jetzt plötzlich ich gehe noch auf 20 plötzlich fängst du an nachzudenken ne bei 600 punkten weil so gut ist das ding ja noch gar nicht ich meine wir sind mittelhand wir haben gerade mal fünf trümpfe und ein ass und vorhand reiz auch mit also ohne den sechsten trumpf ist das ein ganz schöner scherbenhaufen und selbst mit dem sechsten trumpf ist es noch nicht unbedingt ein gemälde habe ja auch nichts im karo dabei das ass mehrfach bestellt sondern noch in allen farben von daher habe ich mich jetzt irgendwie entschlossen das spiel wegzulassen ja dann gucken wir mal ob der null hier bestehen kann die pik 9 kam aber sehr schnell das sieht nicht so gut aus für den allein spieler wenn er wirklich 78 könig ass hatte meistens kann er sich das nicht erlauben davon zwei zu drücken karo 8 interessanter abwurf von meinem partner hier da ist es passiert 40 punkte und 666 das gibt es doch wieder nur auf der skat in silfer flucht noch eins so im stock zwei könige sieht erstmal nicht so attraktiv aus allerdings herz könig pik könig hätte bei mir wirklich super gut reingepasst beide karten hätte ich gut verwerten können herz könig wäre der sechste trumpf pik 10 zu 10 dame 10 könig dame und ein blankes ass habe ich dann an der seite ich hätte schon gegen 4 trumpf gespielt aber an und pik wo ich 10 könig dame abstand auch 3 1 aber das spiel wäre wohl stark genug gewesen wenn ich einmal ganz üblich drum von unten zieht dann werde ich den problemlos hätte ich den problemlos gewinnen können aber das war ja alles vorher nicht bekannt das wäre ein deutlich größeres risiko gewesen so sind mir jetzt quasi ohne schwitzen diese 40 punkte zu gefallen ja und außerdem 666 also bitteschön die nehmen wir doch hier jederzeit mit so und wieder so ein ding bei den punktestand reizt es sich einfach nicht mehr so ungeniert das muss man sagen denn es ist jetzt ja schon ein sehr sehr gutes ergebnis an auf der anderen seite mit dieser für diese rocket qualifikation braucht man halt auch aus in den besten fünf ergebnissen da bei 35 bin ich definitiv raus spiele 1 ob er nur eine räuberpistole hat oder wirklich was 35 ist zu viel für mich man braucht ja so 3000 punkte in der woche und das sind 600 fünf mal 600 also alles was darüber ist es natürlich super aber je mehr man dann schon mal in ein oder zwei serien darüber spielt desto leichter kann man sich sind halt auch mal erlauben 450 oder eine 500 mitzunehmen ne also jetzt schon ein sehr sehr gutes ergebnis ja und da sehen wir das ding ist einfach zu stark wir kommen raus pick 10 nicht gedrückt ist im skat zwar noch karo ass aber allein spieler hat schon sechs trümpfer pick mit rein mit kreuz ass an der seite durch den skater hat er jetzt den sieben trümpfer sogar ein kreuz also das spiel komme ich ja im leben nicht ran das war auch alles in ordnung karo ass hätte mir natürlich auch richtig gut gepasst muss man sagen ja elftes spiel bei dem punktestand ist der jetzt wirklich zu dürr jetzt muss man langsam anfangen taktisch zu spielen wie eben schon gesagt so ganz ungeniert reizt es sich halt nicht mehr wenn man schon so ein gutes ergebnis hat zwischendurch glaube ich mehr zu verlieren als zu gewinnen spieler drei hält genau wie ich hier die spannung kaum aus gut ehrlicherweise muss man sagen dass das der selbstbewusste vorstich und das taufen des piek spiels nicht unbedingt jetzt für uns sprechen drum vollen wird spieler auch noch haben den zweiten so ist es ja wenn ich jetzt nicht mit dem karo ass schon alles aufgeben will dann bin ich doch gut beraten davon hier ins herz hinein zu greifen okay sechs trümpfer kreuz ist auch noch ja dann können wir gar nichts gewinnen hoch hat auch noch ein herz dabei zweimal erst lusche in hand okay oh ho ho letztes spiel und noch mal ansatz für kreuz für krang für null ouvert alles sehe ich da und wieder reizung 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 24 das wäre gut da können wir beruhig gucken eigentlich eine gute findung aber für null ouvert hätten wir sieben neuen bauer ass was an sich natürlich eine chance von 92 prozent hat die reizung deutet jetzt auch nicht unbedingt darauf hin eine null reizung gut der wird vielleicht nicht so viele herz haben könnte aber natürlich trotzdem die herz acht haben könnte auch noch herz acht und eine fehl haben aber auf jeden fall wird sehr wahrscheinlich spieler eins nicht die vier fehlenden herzen haben also lange rede kurzer sinn ich habe dem kreuz hier eine schneiderschance gegeben und ich sehe das kreuzspiel einfach besser als der null ouvert dem gebe ich noch mehr als diese 92 prozent das halte ich für kurz vor unverlierbar da ich wie gesagt keinen abstich vom herz fürchte aufgrund der null reizung und herz wäre stand nur drei eins also spieler eins hat tatsächlich bei seinem null die blanke achten nur wer wäre also auch gegangen aber wir sind inzwischen natürlich im anderen spiel unterwegs und müssen jetzt hier das optimum rausholen 18 augen haben sie liegen und es fehlen nur drei trumpf noch ist die frage eben wenn ich von oben ziehe und dann peak bube stehen bleibt könnte da natürlich das letzte verbliebene ass geschmiert werden wenn ich von unten zieht kann mir herz ass theoretisch noch abgestochen werden oder auch peak überstehe ist nicht so schlimm da habe ich ja die 10 im keller aber das spieler eins so viele piken hat deutet für mich darauf hin dass er möglicherweise nicht die drei trümpfe hat sondern nur zwei jetzt sieht es aber doch anders aus ne doch nicht spieler drei hat sich hier mit dem peak buben herangedrängelt weil er unbedingt herz spielen wollte aber ich habe halt sieben trumpf das war zu stark und so habe ich hier mit einem kreuz schneider die liste abgeschlossen auf 752 6 zu 0 natürlich ein super start in die rocket woche ich wollte ja so am dienstagmorgen einfach mal schauen wenn wir ein zwei serien antesten ob was geht denn immerhin fehlt mir schon der ganze montag und deswegen war das einfach mal so ein kleiner versuchsballon aber naja die 750 ist natürlich ein so gutes ergebnis dass ich wohl jetzt hier mich verpflichtet habe noch ein paar weitere serien zu spielen ja retrospektive an sich zwei zwei schwierige situationen hatte ich nur na vielleicht waren es drei also die erste wo ich den den gang einfach mal reize auf eine gute karte im stock und reichlich belohnt werde mit peak ass dann danach das war eigentlich die heikelste situation diesen krank gegen die ziemlich miese verteilung und eröffnung zu gewinnen richtig glück gehabt und letztlich hier natürlich im siebten spiel nochmal mit der blanken 10 operiert das sah auch gut aus aber ja mit ein bisschen gute karte da spielen sich manchmal die 700 dann ganz einfach also hoffe euch hat das freude gemacht und das gilt gilt als guter ersatz für ein live stream durch für den ich mich heute noch nicht fit genug fühle bleibt also dran bis bald gönnblatt gönnblatt gönnblatt